Also ich wollte mal schauen, wie das so in der Hack ist, weil mein großer Bruder war halt auch da. Und ich wollte mich so ein bisschen erkundigen, was man da so macht und was da so der Unterschied zu den anderen Schulen ist. Und ich freue mich, dass sie alle gekommen sind. Und zwar geht es los mit der Doris Schweiger-Robl, Beachvolleyball-Profi, zweimal Fünfter bei den Weltmeisterschaften, zweimal Fünfter bei Olympia- und Europameisterin. Herzlich willkommen bei uns. Sie hat uns auch mitgebracht ihre bessere Hälfte, nämlich den Paul Robl. Volleyballspieler in der Bundesliga in Österreich, beziehungsweise Radrennfahrer gewesen eine Zeit lang und hat auch sein ganzes Leben, glaube ich, dem Sport verschrieben. Danke für den Kommen. Und als dritten Gast darf ich ganz herzlich begrüßen den Toni Pfeffer. Fußballspieler bei der Wiener Austria, war x-facher Nationalspieler auch. Zweimal bei Weltmeisterschaften dabei, habe ich gelesen. Meisterschaften gewonnen, Cupsieger gewesen. Wo es heute der Alaba für Eich ist, ist der Toni Pfeffer für mich. Herzlich willkommen. Bitte zu uns nach vorne kommen. Also ich erachte Sport als sehr, sehr wichtig in der Schule, weil einfach Sport Spaß macht, sich auch soziale Kontakte knüpfen und auch nach draußen wieder kommen, hinauskommen, in die freie Natur gehen und gemeinsam sich miteinander beschäftigen. Für mich ist es nicht jetzt wichtig, dass man plant, erfolgreich zu werden, sondern das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass man was gern macht. Und wenn man was gern macht, dann macht man es auch gut und dann kommt der Erfolg automatisch. Und das denke ich, ist einmal der Grundstein, um vielleicht später erfolgreich zu sein. Genau, also ich kann mich eben nur anschließen. Ich glaube, dass es eben ganz wichtig ist, dass man einfach eine gewisse Begeisterung für die Sache mitbringt und einfach das lebt und sie eben für diese Etappen, da gibt es nicht wirklich einen genauen Zeitpunkt, wann muss ich wo sein, sondern dass man sich einfach ein langfristiges Ziel setzt und das einfach persönlich immer wieder verfolgt und sich zum Beispiel eben von Niederschlägen nicht unterkriegen lässt. Und das ist das Entscheidende und nicht jetzt zu sagen, okay, genau am Tag X muss ich dieses und jenes kennen, sondern eben das aus Freude und Spaß zu dem Ganzen einfach verfolgen und dann wird es klappen. Mir hat am besten gefallen Sportmanagement, weil, also Sport kann ich sehr gut und mir gefällt es halt und ja, das würde ich halt irrsinnig gerne weitermachen und italienisch und französisch interessiert mich auch zum Beispiel viel. Also bei uns gibt es jetzt tschechisch Unterricht, also das unvermittliche Übung, da gibt es zwei Stunden in der Woche. Man muss nicht lernen, es gibt keine Noten, für die Schüler ist es angenehm, die können beispielsweise einfach tschechisch lernen und haben keinen Druck, dass die eine schlechte Note bekommen. Und für die, die ein bisschen mehr wollen beim tschechisch zu erreichen, dann können die dann auch maturieren. Ja, hallo, ich bin der Lukas vom Vital-Club. Ich bin heute da in der HAK am Tag der offenen Tür, am Infotag als Projektpartner von der Hasch-Zwettl. Da hat mich der Papa von Sebastian, hat da zufälligerweise mitgelegt, dass ich gerade im Aufbauen bin von meinem neuen Sportstudio und da sein Sohn, der Sebastian, gerade in der Abschlussklasse von der dritten Hasch ist, Also ich dachte, das wäre eine super Gelegenheit und die haben wir beim Schopf gepackt und jetzt bauen wir das Marketing gemeinsam auf und die dritte Hasch bemüht sich da sehr, mir eine tolle Homepage zu basteln. Ich bin auch zu ihr HAK gekommen, weil mich das interessiert hat, wie das Gebäude ausschaut und so und weil mich das Multimedia interessiert hat. Wir sind da am Tag der offenen Tür und er war sehr schön, wie man sieht, da ist Sonne der Leube, das ist meine Übungsführung von der dritten Handelsschule. Dann kommt am nächsten Tag der offenen Tür vorbei. Willst du noch was hören oder eh nicht? Ja, wollen wir. Wir sind die Kantine-Bett. Wir sind die Küche. Vielen Dank.